Also das ist zum Beispiel erstes, zweites, dritter Step, ja, dann gibt es den Analyse, Workshop, das kann zwischen vier Stunden und drei Tagen dauern, je nachdem, manchmal bezahlt oder auch unbezahlt, je nachdem. Ja, viele Systemhäuser bei so großen Aufträgen, ja, machen das meistens unbezahlt noch und jetzt kommt natürlich noch das Wichtige, die Conversion-Rate hier ist meistens, ja, hier 100%.